Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Streaming Best-Of. Chris hat sich wieder hingesetzt und hat sich einen Stream von mir geschnappt und hat ein Best-Of draus gebastelt, das zweite Video jetzt mittlerweile. Diesmal ist das Video mehr auf Kills und Wins fokussiert, das merkt man deutlich. Der Anfang ist relativ ruhig erstmal, lasst euch dafür nicht beirren. Es gibt auch wieder eine Menge zu lachen, das Video ist richtig stark geworden. Lasst gerne wieder Kommentare und Likes wie beim letzten Mal da, das ist richtig gut angekommen. Das Video, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Schaut auch gerne nochmal bei Chris auf der Facebook-Seite vorbei, die verlinke ich wieder in der Videobeschreibung. Viel Spaß bei dem Video jetzt, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Livestream. Es soll übrigens bald möglich sein, dass du deinen Gamertag oder deinen Gamernamen wieder ändern kannst. Wirst du den dann auf Botast ändern? Ja, aber sowas von. Was soll das eigentlich heißen? Fok-Augast. Fok-Augast, du wirst lachen, ich hab, wo ich mir damals die Playstation geholt hab, äh, wollte ich so schnellstmöglich zocken und hab einfach Foku für Fokus und Gast stand ja schon da. Du bist geil. Und wie sehr bereust du das? Ach, verstehe. Sehr, sehr, sehr. Man kann's ja mal eilig haben, ich wär dafür, dass wir nochmal hier landen. Doch, also, manchmal verstehe ich die Zählerei nicht. Also, sobald du eine Zahl siehst, solltest du einen Schaden ausgeteilt haben, oder das spackt bei dir. Oder ich hab einen Schaden. Das könnte durchaus, äh, eine Möglichkeit sein. So, in einer Stunde ist ja Schreini da, da haben wir ein bisschen gute Unterstützung. Gute. Jetzt, weil ich grad Botas sah, ist ja Käse. Der ist ja mit hier. Okay, dann glaubst du's halt. Ich freu mich doch auch, ja. Hm, komm mal da. Okay. Ich liebe diesen Punkt! Aha! Das wird sicherlich lustig. An der Stelle schon. Achso, ja, ich dachte, das, was ich ja gepinkt hab, geil. Ja, das, das auch, ja. Also, ich seh jetzt keinen direkt hinter uns. Hm. Na doch, einer. Einer ist direkt unter uns jetzt. Der landet grad. Ja. Hast du das Ding auf dem Dach geparkt, oder was? Na loko. Was läuft denn bei dir schief, alter? Würdest du, dass wir nicht mobsen, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Wart ihr hier schon drin? Ja, wahrscheinlich, oder? Oh, ja. Okay, jetzt... Ich seh nicht. Oh, da ist Action. Okay, okay, okay. Schön chillig bleiben, schön chillig bleiben. Das zweite Team wäre nämlich... Wir sind gerade in der Brude. Ja, das zweite Team wäre nämlich echt interessant, wo das ist. Ja, dann lass uns hier oben mal ein bisschen abchillen, weil wir sind in der Zone, ne? Hm, das stimmt. Und ich glaub, da kommt gleich hoch. Versteck dich, nein, zurück, zurück, zurück. Ah, ich glaub, da kommt gleich hoch. Von wo, von der Zip-Line, oder? Ja. Oh. Hinter uns. Ein Gas-Mensch. Vor mir ist einer, der ist down. Noch einer daneben. Warte mal, ich muss mal hier... Der hat gut ersprungen. Einen muss ich... Ich muss mich mal kurz heilen. Denk dran, hier sind Gas-Onkels. Oh, der ist down. Ich seh nichts. Oh, fuck, das Gas hat mich gekriegt. Ja, ich will nicht gleich ins Gas rennen, weil ich kann... Naja, baut sich nicht, der ist down. Ich guck mal nochmal, ob hinter uns nicht irgendeiner uns pusht. Okay, ist alles safe. Lifeline. Warte, ich muss nur nochmal kurz die Gas-Falle raushauen. Warte, wo bist du? Hier. Komm, komm zurück, komm zurück. Ich hol ihn, ich hol ihn, ich hol ihn. Warte, 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 warte. Die sind zwei, die sind da drinnen. Ich schmeiß mal gleich. Gut, einen hab ich. Das war's, das war's, das war's. Habt ihr weg gespremst. Hier, der hat einen West-Test drinnen. Okay, die nehmen wir. Nimm die Granaten wieder mit. Äh, zu, ne? Ach ne, vergiss es, vergiss es, sorry. Ich wollte jetzt kennen. Ja, ich hab's grad gerafft. Aber lass uns die rechte Zip-Line runternehmen. Na dann, los. Da sind wir noch immer noch High-Ground, heißt er. Ich glaube nämlich, da drinnen müssen die sein. Nein. Sind's? Nein, irgendwo ist noch einer am rumhocken. Aber du weißt, wenn die, wenn die jetzt, äh, Haus pushen, ist immer eine ganz, ganz schlechte Geschichte, du weißt. Wann das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, ich sag mal, wo seid ihr jetzt? Im nächsten Haus. Okay, ich komm mal mit. Warte mal, ich glaub, ich hör irgendwie Schritte. Das Rauschen von deinem Headset ist manchmal ein bisschen... Das ist nicht meins. Oh, oh. In dem Haus. Der ist down. Der war auf. Ich mach mal kurz zu. Da muss man pushen, da muss man rein. Ja. Der ist grad drinnen. Der wurde grad geheilt. Warte auf mich wenigstens. Jut. Oh, da ist noch einer. Einer nur noch. Jut. Sehr schön. Sehr geiler Sieg. Sehr geiler Sieg. Oh, die sind mir so schön vor die Flinte gelaufen zu zweit. Das sah so richtig geil jetzt aus. Du bist der Apex-Champion. Pum, pum, pum. Oh, das ist mein zehnder Sieg mit Lifeline im kompletten Squad. Schön. Vier Kills. Läuft, läuft. Ich hab auch nix. Ich kann nix machen. Ah, die sind zu zweit. Die sind zu zweit. Zu dritt. Fuck. Fuck. Oh, mir ist die Muni auf die Gang. Und dann die Longbow. Läuft. Ich weiß nicht, sind die Spieler wie du, Lukas? Die werden wahrscheinlich mit dem Controller geboren. Das verläuft sich. Keine Sorge. Das nimmt ab, wenn er älter wird. Weil ich schon beinahe, dass ich schon Reflexen mit 14 hatte, ey. Video-Games teach Hand-Eye-Koordination, which is why I now have cat-like Reflexes. Die Spiele, die ich gespielt habe, die könnte ich heute nicht mehr spielen. Aber Fakt ist, dass du das Aim nicht mehr verlierst. Wenn du dranbleibst, verlierst du das Aim nicht mehr. Ja. Und vor allem, wenn du es gewohnt bist, ohne Aim-Assist zu spielen. Also so ziemlich jedes COD ist mit Aim-Assist gewesen. Dass ich natürlich da mit einem Spiel ohne Aim-Assist total abscheiße am Anfang. Naja, mittlerweile läuft das hier ganz gut. Hunderttausende Leitungen haben wir jetzt. Jetzt kannst du Pornos angucken bis zum Umfallen. Ich soll gleichzeit runterladen. Süßer, hast du da, ich komme. Nedea, alles gut mit mir. Lass'n du so... Nein, bitterer Ernst. Bin ich schon wieder Jumpcast-Wart? Naja. Ja, ja. Ich notiere mir mittlerweile aber in jedem Stream mal so ein bisschen überzeiten, wo was cooles ist. Wenn Chris jetzt öfter mal ein Video für mich macht, dass der nicht ewig hier die ganzen Streams durchforsten muss. Marc Forster. Chris Forster. Spazi, bevor du was Böses sagst, du bist beim Kasper im Stream zu hören, Ben. Oder schalte stumm. Dieser drackige Rote... Das soll sich verpissen, der... Der war echt lustig. Haha, immer schön gegen mich. Voll drauf. Ich hab's verdient. Lass' gerne einen Daumen ab, würde ich mich nur freuen. 5% warten, also 5 Sekunden, dann hab ich mein Ding auch voll. Wir können gerne warten, weil ich hätte gerne auch mein Lifeline voll. Ich habe noch 25 Sekunden. Nein, die werden garantiert oben sein. Ich habe es letztens hier erlebt, die haben auf dem Dach gewartet, zu dritt. Und das war richtig jimmerlich. Hier gibt's schon mal kein Dach, hier gibt's nur das Gebäude gleich vor uns. Die werden garantiert... Die sind drin. Da sind sie. Du hast... Ich hab sie gesehen, da oben sind sie. Äh, denk dran, wenn Lukas vielleicht einnebelt, kannst du dein Special aktivieren. Jaja. Ich kann sie mit Granaten jetzt vollpfeffern, wenn du willst. Na, ich hab keine. Ich hab welche. Du kannst es machen. Da unten ist einer gerade raus. Da oben sind sie. Wenn du kannst, wenn du kannst, hau. Ich komm hinterher. Da unten, die sind alle unten. Ja, ich seh's. Einer ist da unten. Ja. Scheiß draufs Finischen. Das war noch nicht... Das war noch nicht. Der kann sich... Warte mal, der kann sich holen. Ich finische den mal schnell. Jaja, mach mal. Weil der hat... Der hat ein goldenes Knockdown-Schild. Nein, ich wurde gerade gebangst. Juckt, jetzt hab ich ihn. Irgendwo ist noch einer. Ich muss noch mal ganz kurz auch meinen Schild... Hier holt sich einer. Das war's. Sehr geiler Sieg. Zu holen. Sehr geil. Sehr geil. Sieg Nummer 2 heute. Ich stehe da und heile meine Schildzellen. Da kommt er da an und heilt den. Neben mir. Dass ich was jetzt fahre. Mal wegrasiert, Junge. Läuft. Alter, wie seid denn da reingekommen? Einspringen. Oh, klasse. Und ich hab's verpasst. Da hat gerade jemand sein... Care-Package gerufen. Ah, fuck. Ich hab's nicht ganz gekriegt. Das Handwich. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier wegkommen. Fuck, ey. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Komm, hier unten rein. Oh, fuck. Alter, da. Genau hier. Ist bei mir unten einer. Und da bist du. Genau, werfen. Ach, das ist mir egal, Verblüter. Jo. Echt nicht? Nein. Ich hör Schritte. Ja, da ist er. Jawohl. Jetzt sind sie. Jetzt sind sie. Warum hast denn du jetzt den Kill gekriegt, du Penner? Weil ich den voll geladyshaved habe, ja. Deine Mutter hat geladyshaved, Alter. Ich hab den voll penetriert. Ja, die meldyshaved ständig. Leck mich doch. Ey, das ist doch ein T. Ja, hab ich glaube ich schon. Ach so, warte mal. Was ich mal gebrauchen könnte, ein größerer Rucksack. Hatte der einen. Geht mir ähnlich. Ach, ich bin ja auch dumm, Alter. Da ist ein langer Rucksack drin, ich trottel. Mach die scheiß Augen auf. Geile Sache. Meine Frau will irgendwas Böses. Das ist nicht gut. Was, was, ja, ja. Schnell, wir sind hier kurz vor Ende. Na, jetzt nicht hier diskutieren, bitte. Ja. Das kann doch nicht sein, dass die keine einzige 301 oder 99 dabei hatten. Oder so, ja. So, was hast du hier gesagt? Ach, sorry, meine Frau hat mich gerade abgelenkt. Lass uns mal, ähm. Bleib auf jeden Fall geduckt, da bist du leiser. Ja, naja, man muss sich manchmal doch ein bisschen schneller bewegen. Ah, die sind beim Care-Package gewesen. Das leuchtet nicht mehr. Na dann, dann wirst du, weißt du, wo wir sind. Vielleicht ein bisschen schneller laufen, das würde ja nicht so lange brauchen. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du scannen willst. Kann ich, aber dann verrate ich mich. Da sind sie. Die sind ganz schön weit. Hier, bei uns, ist einer. Das ist wahrscheinlich der letzte. Das ist noch einer. Der macht gerade ein Ding. Lass uns zusammenbleiben. Lass bitte gucken, dass wir zusammenbleiben. Oh nein, Alter. Das ist immer wieder das gleiche mit der R-90. Ah, da snipet einer. Fuck. Pass auf. Kauch hierher. Achso, du bist noch am Leben. Da ist er, kommt er, kommt er, kommt er, kommt er. Nein. Der ist bei mir. Oh, die Information. Eine Sekunde eher. Der ist hinter der Mauer. Der ist, äh, jetzt, jetzt kommt er zu dir. Der ist direkt dahinter. Da ist noch einer. Du geiler Typ, 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 du richtig geiler Typ. Der war doch aber noch ein Zweiter. Ja, ja. Der hatte keinen Leben mehr. Weil der, weil der, weil der in der Zone war. Hat der keinen Schatten. Der war außerhalb, nee, der war außerhalb der Zone. Der ist jetzt auch draufgegangen, weil ich den Gesundheit ausgegangen ist. Das ist der Petscheiner, der mir vorne weggerannt ist. Schweini, das war dein Moment. Äh, mein Moment, Junge. Wer natürlich nicht gequittet, hätten wir den noch geholt, Junge. Ich habe mich alle durchgezogen, Alter, mit meinen sechs Küls. Alter, deine Fresse, du hessische Scheiße. Das war ein sehr, schade, dass ich dir nicht zugucken konnte. Weil ich war ja noch am Leben. Das war sehr nice. So, jetzt habe ich nämlich Lifeline voll.